yo hi ich bin mit dem mario master und ich bin dann hier und wir begrüßen euch zurück zu joshis kraft und sieg und sie okay wir sind nicht dabei auf dem weg das dritte traum zu bekommen irgendwie voll schnell ja dann wollen wir mal sehen was hier los ist weil wir springen müssen und setzen und sieben ja da sind zum marken die ganzen moment was ist das da oben reise dann gehen wir dazu okay ich habe gerade raus und wir können wirklich nicht schwimmen sekret aber keine rote münze nimm das und das und das ist schon tot niemals bin sauer was ja hat nein blauen sind drücken gemacht pilze dran daraus werden möchte gern pflanzen und da oben das impact man wir haben in dieser ecke gefunden es finden werfen wir haben keine freundliche also alles was wir begegnen sind feinde die wir töten sie krelt er wartet schon darauf uns zu essen tatsächlich ein stück ich habe nicht mehr den großen das wollte ich nicht habe dann hast du hast noch gebrochen und ich werde das ist ja zeitgültig dass ein die blume gegessen hätte die kacke hier unten musst du aufmachen jetzt machen das echt gut ich glaube ich muss alles jetzt sind aus dem 5 blumen und jetzt sind wir müssen ich gehe ganz gewohnt ist ja wenn ich die nachrufe da hat aber das war eine jahre schwingen aber nicht was habe ich ja gerade gemacht nein war nein 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 trage mich da ist unsere plattform kaputt gemacht ich schon wieder ich verliebe das wasser ich habe ein paar jahre zum töten worte ich habe jetzt klar mich hat so nicht so eine angst ein aber irgendwie so ein ding aber wenn wir alle münzen bekommen dann wir gehen immer zurück manchmal ist zurückgehen der beste schritt ja da mal nicht warum alleine würde man da ja gar nicht hochkommen aber jetzt hier eine münze ich habe keine reihe mehr deswegen sind wir schon voll ich wollte welche und da hängt was im hintergrund die weg die schütze auf mich abzuwerfen wir machen das nicht nur 1 2 3 4 5 6 7 8 blumen 9 10 jetzt geht es schon zum boss die krise blablabla und blablabla ich hatte gerne grüne münzen blablabla und so ein bisschen gemüse ein recht großen wunderbar ich habe irgendwie das gefühl dass der ich glaube ich nicht erst die leben und jetzt auch noch ordre das war der allererste muss aber ein neuer ja das war der dosen kondor ok ok mit diesem mal stimmt was nicht das riech ich etwa mit dem riesigen riechorgan vielleicht sind da ein paar juwelen ich mache ihn auch und sie nach auch was zu werfen ich bin nicht so an eure ungestimmheit bitte wartet vielleicht nur so kam ich fliege grüner kaputt machten nichts zu tun also machen grüner kaputt machen ja klar und machen wir dann lassen wir mal heute hier heile da habe ich dich mal kurz werfen oder den ball kaputt gemacht joshi seine böslichkeit hat sich zu was hat sich so gefreut den ball kaputt zu machen jetzt mache ich euch kaputt diese piranha pflanze wird euch verschlingen und es euch heimzahlen oder diese kotzen wo sind und weil ich voll creepy will ich dazu bewegt ja ja hallo piranha ok es ist es ist trotzdem audrey es ist fucking audrey jeder weiß dass es ist ich verstehe ich weiß also machen müssen die kugeln da nimmt das audrey glaubst du das auto jetzt angepisst ist ich weiß nicht wir würden es auch nicht gefallen wenn ich ein dach legen weil auch gerne bekommen ich habe mich gebissen ich kann gewissen was haben wir jetzt mit dem machen ich habe leider keine kürze nicht dabei wir wollen ja das ist unser und kann ich dann in die besten umkauft wird nein gar nicht getroffen kann ich doch doch nur einmal gewissen aber das war nie sie muss ich will sagen ja ich wollte wollte man ja auch nicht so schwer eigentlich eigentlich nicht außer als wäre die am ende gemacht haben ja genau wo bist du komm her und sammelt einen film ein auch wenn der feld nur an uns geht wir haben sie gefunden und du bist hier nun zurück weg ist hier nimm dein film und noch mal schinden so ein richtiger fangtyp es kommt doch immer nur wenn wir die jubeln finden ich habe mich hineingesteckt wir nennen ihn aber in er oder sie ist ich weiß es nicht es ist mir völlig egal ja ja ich komme von bio maus das war eine maus gewesen ich habe sie gesehen ich weiß ja wir müssen dann auch noch ein paar level machen also auch in den dschungel oder umso ich zukomme hier reiche kundung da ist gar da wollen wir mal ich habe irgendwie gesucht habe im internet hier wir haben schon welche in den kommentaren geschrieben dass man dann so 90 prozent des spiels irgendwie hört aber ich dachte wir haben da irgendwie übertrieben und dann dann habe ich das nach dem kugel also ungefähr jetzt haben ich dachte gemerkt was ist das die nutzer ist die nutzer müssen wir nehmen aber nicht im dschungel die leben in der savanne das leben auch nicht im dschungel sollte man sonst sein ich weiß was wir machen müssen das leben auch nicht im dschungel die schmerzhaft aus wenn der irgendwie ein schriftlich steht da vorweg irgendwie als hätte mich jemand irgendwie laut überfahren da wäre in der ecke sind wir drunter ja wir müssen erst mal weg kloppen das ist zehn oder minder und ich hab's gesehen weil wir mal eine illusion kaputt gemacht hat tatsächlich da war was wo ist das alles gemacht dann war ich mal den baller lockt ihr weg der reagiert auf dich kommt nicht sie weg hier die blase gleich mal aufgestellte rammeln nein auch das teil zu rammeln die leben im hohrwald nicht wirklich nehmen die hüge im hohrwald aber durch alles mit dem rohwald also alles gibt im hohrwald alles hat irgendwie sein das ist ja so schiebt es von da und ich habe den sack quetscht und macht irgendwie sauber so schiebst von oben nicht von oben du schiebst doch gar nicht wahr jetzt habe ich in was muss aber sein was kannst du eigentlich geschenk das ist kein kasshorn irgendwie schon da waren gibt es in mario aber wann gibt es im mario universum ich glaube es ist nie los sie verschmerzhaft da hätte man kühlschrank ging nicht gehofft da oben ist nicht ich halte noch gestochen nicht weil ich darunter ich will darunter meine ich ich will auch verfolge mich noch hier hat er wohl da war ja klar keine eier nachdem war weg okay gut da war willst du okay gut jetzt mal links gucken hat ja die sicherheit das schick und das schickröte das ist wieder belong dagegen jetzt werden jetzt das ist ein zeitpunkt für diese szene nein habe ich mir schon gedacht schon sehr lange ich habe sie gesehen der riesigen riechung das riesige riechung ankommen nur bei gerüchten zu meinen das ist so guckend janet weil ich der der uns die ganze verfolgt hat ja jetzt soll mit dem helfen ich glaube hier gibt es noch so gut wir sollten weiter runter gehen ich habe eigentlich nur meine eier loswerden jetzt macht die putze sozusagen er wollte uns fünf minuten früher noch töten ja wohl dann sollte er uns noch ein bisschen was passiert wenn ich sie jetzt tötet ja du hast ja herzen okay und ich habe alle herzen so durch den ding einfach durch einfach nur so ein abdruck hier ich bin dabei hat es erstmal ein bisschen gewichtige ja das war ja nachzuholen gewesen ja ja und das war schon okay dann sehen wir uns im nächsten mal wieder wenn es als joshis von dem buch bis dann und tschau